Eicherts und Söhne restaurieren antike Einzelstücke seit über 100 Jahren. Fließbandarbeit lehne ich ab. Lieber verbrenne ich mein Werkzeug. Die Zeiten haben sich geändert. Wir sind eine moderne Industriegesellschaft geworden, in der andere Spielregeln herrschen als vor 100 Jahren. Hier hat sich nichts geändert. Aber Robert, hör doch. Wir restaurieren, wir kopieren. Und unsere Technik ist dieselbe wie vor 100 Jahren. Ob bestimme ich, was in meiner Werkstatt gemacht wird? Vater, weißt du eigentlich, was du da sagst? Du nimmst uns jegliche Selbstständigkeit. Nimm das nicht, der soll verschwinden. Vater. Der soll verschwinden, habe ich gesagt. Und es ist erst der Anfang, sagt Horst, wenn Eicherts und Söhne clever sind. Clever. Nur hoffentlich ist dein Vater ebenso begeistert wie du. Schön ist alles Holz, würde ich sagen. Also mir wäre gemütlicher Darmtisch lieber. Da können doch auch Bauern dransitzen. Ja, Kleinbauern. Musik 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 Musik